Heute wird's ernst. Herzlich willkommen zu meiner Tutorial-Reihe zum Thema Radioschnitt mit Hindenburg. Und nachdem wir im vergangenen Video unser Projekt ordentlich angelegt haben und unsere Audio-Files auch importiert haben, können wir jetzt richtig loslegen und unseren Beitrag schneiden. Dann lasst uns mal keine Zeit verlieren und gleich unseren O-Ton-Geber, den Bonny, hier auf seine Spur ziehen. Zack, einfach per Drag & Drop. Und ihr seht schon, hier oben im Clipboard ist er jetzt ausgegraut. Damit will das Programm sagen, hey, du hast das schon mal in deinem Projekt verwendet. Das ist nur ganz hilfreich, werdet ihr da gleich noch mehr sehen. Und wir können einfach mal reinhören. Jetzt ein paar O-Töne und zwar mit diesem Zoom H1N. Genau, das sind die Töne. Das ist mein Part und hier hinten müsste dann der Bonny irgendwann anfangen zu sprechen. Mein Name ist Bonny und ich arbeite auch mit... Perfekt. Das wollen wir. Wir haben zwei Antworten von ihm. Einmal seine Vorstellung. Mein Name ist Bonny und ich arbeite... Und einmal sein aktuelles Projekt. Ich arbeite gerade an einem Podcast-Dingel. Das heißt, wir haben zwei O-Töne für unseren Beitrag. Das soll jetzt zu Tutorial-Zwecken reichen. Und die wollen wir gerne getrennt voneinander haben. Ich gucke also, wo fangen die an und hören die auf? Mein Name ist... Mein Name ist... Das ist der Anfang. Das ganze Sound-Welten willens sein muss. Bis dahin. Das heißt... Mein Name ist... Wir nehmen das ganz grob. Ich schneide erstmal ganz grob das raus. Markiere das hier. Diese grundlegenden Befehle haben wir ja schon im Basics-Tutorial besprochen. Wir können das markieren. Und jetzt nehmen wir das Pfeil. Also aufpassen, dass ihr nicht hier das Markiertool verwendet. Das ist auf der unteren Ebene der Region. Sondern ihr seid hier auf der oberen Ebene und da habt ihr das Anfasser-Tool. Und könnt dieses Stück nehmen und in unsere zweite Zwischenablagegruppe stellen. Zack. Aus dem Projekt oder aus der Spur wird es rausgenommen und landet hier in unserer Gruppe 2. Ist nicht ausgegraut, weil es ist ja nicht mehr im Projekt drin. Das ist unser erster O-Ton von Bonny. Der Übersichtlichkeit halber, wenn ihr dann irgendwie mit 30, 40 O-Tönen oder so oder weiß ich nicht, 10, 15 O-Tönen arbeitet, benennen wir den auch gleich um, damit wir den Überblick behalten. Ich nenne ihn Bonny. Vorstellung. Zack. So. Drücke Escape, um die Auswahl zu verlassen sozusagen. Und suche meinen zweiten O-Ton. Ich arbeite gerade an einem Podcast. Das braucht man nicht, also geht es nur hier los. Und geschnitten. Dazu habe ich ganz verschiedene Geräusche zu einer Soundcollage zusammengeschnitten. Perfekt. Das ist also unser zweiter O-Ton. Ziehen wir auch wieder hier rüber. Und wir nennen ihn wieder um. Und diesmal aktuelles Projekt. Also bei zwei O-Tönen ist es jetzt vielleicht noch ein bisschen, mag das jetzt ein bisschen sinnlos erscheinen, aber wenn man dann wirklich auch mit verschiedenen O-Ton-GeberInnen arbeitet, dann ist das doch ganz sinnvoll. Man könnte jetzt hier zum Beispiel diese Gruppe O-Töne nennen, diese Gruppe Atmosphäre, das werden wir auch machen. Und diese Gruppe hier beispielsweise, weiß ich nicht, brauchen wir vielleicht gar nicht. Wenn man verschiedene O-Ton-GeberInnen hat, lohnt es sich natürlich auch, dann mache ich hier zum Beispiel Bonnie und hier, wenn zweite O-Ton-Geberin Maria zum Beispiel ist, diese Maria zu benennen. Dann hat man das noch gleich viel geordneter. Ansonsten nutze ich das auch gerne und schreibe hier das einfach vorne in die Bezeichnung rein. Damit es ordentlich ist, benennen wir das aber jetzt mal um in O-Töne und das hier in Atmo und das hier in Musik. Wo wir die herkommen, zeige ich gleich. So, Musik. Genau. Schön. Zwischenspeichern. Gucken, ob hier nichts fehlt. Weitere Dings. Ne, da sind alle O-Töne weg. Das heißt, wir können, indem wir Shift drücken und markieren, das hier einfach löschen. Zack. So, schön. Das heißt, wir haben unsere O-Töne. Als nächstes kommt sozusagen der kreative Part. Wir müssen uns überlegen, was wir für einen Text schreiben. Beziehungsweise eine O-Ton-Auswahl treffen. Ich mache das dann eigentlich immer ganz gerne so. Das führt jetzt hier ein bisschen zu weit. Es geht ja hier um den Schnitt. Ich verschriftliche die O-Töne, die ich benutzen will. Tippe ich meistens ab sogar. Aber es sind ja meistens so drei, vier, fünf Stück irgendwie pro Beitrag. Wenn ich mir sicher bin, dass ich die verwenden will und arbeite dann weiter am Skript und tippe mir einfach so meinen Text. Das mache ich jetzt einfach mal, ohne dass ihr das mitbekommt, quasi im Hintergrund. So, da ist er auch schon. Ein grandioser Text, den ich da aufgenommen habe. Nur, dass ihr ihn mal kurz seht. Einfach jetzt schnell, um was zu haben, womit man arbeiten kann. Danach kommt der Punkt, an dem man in Hindenburg oder wir in Hindenburg aufnehmen. Wie ihr das macht, das hängt so ein bisschen auch von eurer Arbeit ab. Wenn ihr jetzt meinetwegen im Sender aufnehmt, dann nehmt ihr im Sender auf und müsst dann die Töne exportieren und bei euch wieder importieren, so wie wir das im Prinzip im Video vorher schon gemacht haben. Dann ist es wie, wenn ihr mit einem Aufnahmegerät arbeitet. Ihr könnt natürlich auch mit einem Aufnahmegerät arbeiten, wenn ihr zum Beispiel zu Hause aufnehmt. Das habe ich jetzt auch gesehen. Ganz viele KollegInnen, auch während der Corona-Zeit, haben genau das gemacht. Haben sich irgendwie in den Kleiderschrank gesetzt und haben dort mit ihrem Aufnahmegerät vor dem Mund ihren Text eingesprochen. Ich habe jetzt hier ein angeschlossenes Audio-Interface und würde gerne das Mikrofon, das ihr jetzt auch gerade hört, aufnehmen. Das ist das Audio-Interface, das ich habe. Das ist ein Scarlett Solo. Das ist dieses hier. Wenn ihr die Hindenburg Journalist habt, dann dürftet ihr das theoretisch gar nicht sehen. Also, dann nehmt es automatisch, dann geht ihr in die Einstellung einfach hier, also über Hindenburg in eure Einstellung und habt dort euer Aufnahmedevice ausgewählt. Das würde ich auch gleich mal hier das Solo Scarlett USB auswählen. Dann ist euer Standard-Audio-Gerät, müsst ihr dort wählen, weil ihr habt hier diese Mehrspureinstellung nicht. Ist aber auch nicht schlimm, denn wir wollen ja sowieso nur auf einer Spur aufnehmen. Ich stelle jetzt mal hier gleich auf Links, denn ich bin im ersten Kanal drin. Das wird jetzt hier fälschlicherweise als Links bezeichnet, ist aber tatsächlich Kanal 1, weil mein Mikrofon ist ja ein Mono-Mikrofon, also nur ein einzelnes, kein Stereo-Mikrofon. Und dann haben wir quasi den richtigen Eingang gewählt und wenn ich jetzt hier vorne die Spur record-ready mache, also bereit mache zum Aufnehmen, dann seht ihr auch schon genau den Pegel von dem, was ich gerade spreche. Okay, der Pegel ist gut eingestellt, ein bisschen übernormal, also nicht im roten Bereich, sondern so leicht im gelben, ein bisschen über dem bläulichen, weil ich nehme ja schon auf damit und wenn ich dann hier unten auf den blinkenden, sobald eine Spur zum Aufnehmen bereit gemacht wurde, blinkt es hier unten, der Record-Button und sobald ich den drücke, zack, startet unsere Aufnahme. So, jetzt wollen wir natürlich mal unseren Text hier nehmen und den einlesen. Mal so ein bisschen gucken, ob das auch läuft. Bonnie steht mit seinem Aufnahmegerät im Grünen. Ist ja nicht seins, meins. Bonnie steht mit einem Aufnahmegerät im Grünen. Sein Repertoire ist vielseitig, gerade arbeitet er in einem spannenden Projekt. Danke, Bonnie. Ja, gut, alles andere als perfekt, aber egal, wir stoppen die Aufnahme hier, zack, ups, zack, hallo. Okay, ja, geht nicht hier, sondern wir müssen nicht, normalerweise nehme ich immer die Spacebar, da funktioniert es auf jeden Fall. So, wir haben unsere Aufnahme, die wird jetzt hier als ganz normale Spur angezeigt. Was machen wir jetzt mit der? Erstmal mache ich hier, deaktiviere ich wieder die Spur und hole mal schnell unseren Finder raus, denn die ist natürlich jetzt nicht in unserem Footage-Ordner, sondern im Projekt-Ordner, auch in dem Tutorial-Files-Ordner. Sprache 1. Hindenburg benennt immer die Aufnahmezahl mit der Nummer sozusagen und der Spur. Das heißt, hätte ich jetzt auf Bonnie aufgenommen, hieß die Aufnahme Bonnie 1. Wenn ich jetzt ein zweites Mal auf Record drücke, wäre das hier Sprache 2. So, was ich trotzdem immer ganz gerne mache, ich markiere mir die dann, dass nichts verloren geht und schiebe die hier in den Rohdateien-Ordner, damit ich die einfach hier oben nochmal im Ganzen habe. Und da packen wir dann, zack, ziehe ich wieder rein. Die kann man natürlich, obwohl sie ausgekraut sind, trotzdem so oft, wie man will, da reinziehen, ist klar. Da suchen wir jetzt die beste Aufnahme raus. Bonnie steht mit seinem Aufnahmegerät im Grünen. Ist ja nicht seins, meins. Bonnie steht mit einem Aufnahmegerät im Grünen. So, das ist unsere erste. Ich mache dir jetzt auch hier einen O-Töne-Ordner mit rein. Sein Repertoire ist vielseitig. Gerade arbeitet er an einem spannenden Projekt. Na, das war alles andere als gut gesprochen. So. Zack. Da sieht man auch das Problem. Also, es ist kein Problem, sondern es ist ja so gewollt. Es wird natürlich immer so angelegt, wie es hier heißt. Ja, gut. Alles. Danke, Bonnie. So. Zack. Wir benennen das um. Ich nenne es mal ich 1. Also, ich mache jetzt einfach der Reihe nach ich 2 und ich 3. Zack. So. Was ich immer ganz gerne mag, ist, auch an dem Zwischenspeicher natürlich, ist, dass ich bis zum Schluss eigentlich dieses Projektfeld leer halte. Ich bin vorher ja von Adobe Audition gekommen und bei Adobe Audition hat man kein Clipboard, was für Radio jetzt nicht so praktisch ist, denn ich mag das sehr gerne, mir die O-Töne so zu sortieren. Und bei Audition war es immer so, man hat dann alles hier in seinem Clipboard drin, weil man die Töne vorschneidet und die liegen dann hier und dann geht man weiter und weiter und weiter und irgendwann hat man ein Projekt, das ist stundenlang, obwohl da nur 5 O-Töne drin liegen und man kann die nicht so richtig benennen. Deswegen, ich arbeite eigentlich immer gerne mit dem Clipboard, weil jetzt, halt, erstmal noch die Atmo, die soll natürlich im Hintergrund laufen und da brauchen wir auch die Enden hier nicht. Das heißt, so, hier wird es auch nochmal lauter zwischendurch. Genau. Das wollen wir nicht. So. Ja gut, bis hierhin ungefähr. Ja. Die nimmt man jetzt auch. Wichtig zu wissen ist, dass ihr könnt das großzügig markieren, weil hier diese Ränder, die schneidet Hindenburg automatisch ab, wenn ihr das reinzieht. Seht ihr das? Ihr nehmt immer nur das, was hier drin liegt. Geht übrigens auch mit Mehrspurclips, was ziemlich gut ist. Das heißt jetzt, ich zeige das nochmal ganz kurz. Das heißt, wenn ihr jetzt auf zwei Spuren markiert und das rüber zieht, zack. Jetzt haben wir das natürlich gelöscht. Äh, so. So. Dann habt ihr auch zwei Autodateien, die ihr von drüben holt. Das finde ich sehr, sehr praktisch im Vergleich zu dem, was die ARD anbietet hier mit dem EasyTrack, wo das, glaube ich, nicht Mehrspur funktioniert. Ach ja, übrigens, ähm, das fällt mir gerade auf, weil ich es versucht habe, ähm, vor und zurück gilt nur für dieses, äh, für diese Fläche, also für euer Projekt, ähm, also rückgängig und wiederholen, nicht für die, ähm, das Clipboard. Also ihr könnt dort nichts rückgängig machen, äh, ihr könnt es dort einfach, ist ja auch nicht wichtig, ihr könnt es dort einfach löschen oder hinzufügen. Genau. Wir haben jetzt eigentlich alles, was wir wollten, außer unsere Musik, die fügen wir, ähm, als letztes hinzu, würde ich sagen. Wenn sowieso schon alles fertig ist, beziehungsweise die stand ja auch nicht in unserem Skript. Äh, ich würde jetzt erstmal anfangen, mit der Sprache zu arbeiten. Das heißt, laut unserem Skript fängt natürlich im Hintergrund erstmal der Sprecher, in dem Fall ich, anzusprechen. Das heißt, der erste Ton, den ich habe, bin ich und lege mich auf die Sprache. Ganz an den Anfang natürlich. So. Gehe ganz an den Anfang. Bonnie steht mit einem Aufnahmegerät im Grünen. So. Passe mir das hier ein bisschen an. Die grundlegenden Schnittbefehle findet ihr in der vergangenen Tutorial-Reihe. Steht mit einem Aufnahmegerät im Grünen. Seht aber natürlich noch, was ich hier mache, unten eingeblendet. Jetzt kommt Bonnys Vorstellung. Mein Name ist... Wir können gerne hier einsteigen. Mein Name ist... Mein Name ist Bonny und ich arbeite auch mit Ton. Ich arbeite als Sounddesigner. Das heißt, ich beschäftige mich mit allen Geräuschen, Klängen, Atmosphären, die man hören kann und baue ganze Sonntag. Sein muss. Sein muss. Machen wir schön ans Ende hier. Zack. Steht mit einem Aufnahmegerät im Grünen. Mein Name ist Bonny. Ja, es soll erst mal reichen. Dann kommt ich zwei. Das mache ich jetzt ganz schnell. Sein muss. Sein Repertoire. Heißt vielseitig. Gerade arbeitet er an einem spannenden Projekt. Ich arbeite gerade an einem Podcast-Dingel, wo verschiedene Sounds und Geräusche kommen zwar vom Backen. Dazu habe ich ganz verschiedene Geräusche zu einer Soundcollage zusammengeschnitten. Bisschen kurz vielleicht. So. Zusammengeschnitten. Danke, Bonny. Entschuldigung. Ja, toller Beitrag. Genau. Was man jetzt natürlich noch machen kann, ist, man kann diese O-Töne noch ein bisschen schöner schneiden. Wie rum ihr das macht, das überlasse ich euch. Ich schneide die O-Töne eigentlich immer, bevor ich den Beitrag zusammenbaue, nochmal schön fein. Das heißt, ich mache hier verschiedene Sounds. Ich würde hier zum Beispiel das Ähm rausnehmen. Ganz wichtig, markieren alle und löschen dann. Sounds und Geräusche. Das können wir sogar auch rausnehmen. Verschiedene Sounds und Geräusche. Genau. Also diesen Feinschnitt. Verschiedene Sounds und Geräusche. Den mache ich eigentlich nicht, wenn das schon fertig gebaut ist, sondern ich mache das natürlich hier vorher. Also ich schneide das dann. Wenn ich weiß, ich will den O-Ton verwenden, schneide ich den und lege den neu an. In dem Fall ist es aber jetzt, damit wir hier schnell durchkommen, würde ich es jetzt nicht perfekt fein schneiden. Sondern es soll uns genügen. Und dazu habe ich ganz verschiedene Geräusche. Nehmen wir vielleicht hier noch dieses Stück raus. In dem Podcast. Und dazu habe ich ganz verschiedene. In dem Podcast. Genau. So. Danke, Bonny. Okay. Nett. Und das ist jetzt quasi unser Beitrag. Jetzt wollen wir natürlich auch hier runter. Mit einem Aufnahmegerät. Das heißt, wir ziehen unsere Atmo hier rein. Mit einem Aufnahmegerät im Grüne. Mein Name ist. Genau. Soll natürlich ein bisschen eher anfangen. Das heißt, wir markieren jetzt wieder mal alles hier von dem Beitrag. Und ziehen es ein Stück weiter vor. Und gucken dann mal, wie es klingt. Bonny steht mit einem... Ja. Bisschen lang, aber... Bonny steht mit... Kleines Stück zackiger kann es, finde ich, noch sein. So. Bonny steht mit einem Aufnahmegerät im Grünen. Mein Name ist Bonny und ich arbeite auch mit Ton. Ich arbeite als Sounddesigner. Das heißt, ich beschäftige mich mit allen Geräuschen. Was ihr hört ist, hinter Bonny ist natürlich die, die, naja, das Umfeld, sage ich mal, viel leiser. Das heißt, wir ziehen das auch nochmal ein Stück. Im Aufnahmegerät im Grünen. Mein Name ist Bonny und ich... Im Aufnahmegerät im Grünen. Mein Name ist... So. Also, das ist jetzt vielleicht schon das Wichtige. Wir fangen jetzt schon fast an, die Lautstärke ein bisschen anzupassen. Was ich, wenn ich weiß, dass das passt miteinander, die Atmo, dann schneide ich gerne, schneide ich das gerne weg. Das heißt, ich gehe hier auf die Spur, drücke B und ziehe dann sozusagen meine Atmo immer weiter, damit sich die nicht zu häufig wiederholt. So. Und sich nicht die zwei Atmos überschneiden, sage ich mal. Mache dann natürlich schöne, smoothen Fades irgendwie, dass man das nicht ganz so arg hört. Gucken, ob das jetzt schon halbwegs passt gleich. So. Mal gucken. Einem Aufnahmegerät im Grünen. Mein Name ist Bonny und ich arbeite auch mit Thun. Ich arbeite als Sounddesigner. Mein Name ist Bonny und ich arbeite... In dem Fall würde ich es vielleicht sogar so machen, dass ich die Atmo einfach, weil man die eben durch... Dadurch, dass Bonny nah am Mikrofon ist, dass man die echte Atmo natürlich nicht mehr hört, würde ich in dem Fall, glaube ich, einfach die Atmo über den ganzen Beitrag ziehen. Einfach mit... Immer wieder die Datei kopieren. Ich arbeite als Sounddesigner, das heißt, ich beschäftige... Hier haben wir natürlich jetzt irgendwie so ein... Tonland. Und ich arbeite auch mit Thun. Ich arbeite als Sounddesigner, das heißt, ich beschäftige... Und dazu habe ich ganz verschiedene Geräusche zu einer Sound... Hier arbeitet er... Hier natürlich auch weiter... So, man kann das dann immer ganz leicht kopieren hier und gucken, wie es passt. Schick sieht es nicht aus. Man kann natürlich auch noch viel Zeit... Mache ich auch gerne... Investieren daran, dass das ordentlich aussieht später. Aber für dieses Tutorial soll so ganz grob... Jetzt habe ich wieder hier dieses... Ich muss, glaube ich, das einfach nach vorne länger machen. Und zwar vom Backen in der Soundcollage zusammengeschnitten. Danke, Bonny. So. Jetzt haben wir... Bonny steht mit einem Aufnahmegerät unseren Beitrag. Jetzt wollten wir noch Musik haben. Musik ist immer schwierig. Musik könnt ihr... Solltet ihr nur verwenden, wenn ihr die Rechte geklärt habt. Ich habe mir jetzt einfach aus dem Netz von freesound.org ein Stück gemeinfreie Musik, also frei verwendbare Musik geholt. Und die ziehe ich jetzt natürlich wieder, um beim Projektmanagement zu bleiben, das wir uns angewöhnen wollen. Ziehe ich jetzt in meinen Footage-Ordner. Die kommt aus meinem Downloads-Ordner. Ich mache den auch mal auf, hier nebenbei. Hoch. Hier. Zack. Die lasse ich jetzt auch mal so und dann ziehe ich die hier in den Beitrag hinein. Ich wollte sie natürlich erst mal hier haben. Normalerweise, aber es geht auch, wenn wir sie jetzt in der Musik haben. Die ist gemeinfrei. Wir hören mal rein. Ja, nichts Besonderes, einfach nur ein paar Töne. Und die kann man jetzt natürlich auch in unseren Beitrag hier reinziehen und schauen. Bonnie steht mit einem Aufnahmegerät im Grüne. Mein Name ist Bonnie und ich arbeite auch mit Ton. Ich arbeite als Sounddesigner, das heißt, ich beschäftige mich mit allen Geräuschen. Ja, ist natürlich viel zu laut. Ich pegele das mal ganz kurz an. Aufnahmegerät im Grüne. Mein Name ist Bonnie und ich arbeite, hören kann und baue ganze Soundwelten, wenn es sein muss. Sein Repertoire ist vielseitig. Gerade an Soundwelten, wenn es sein muss. Sein Repertoire ist schön loopbar sogar. Das heißt, es passt und da läuft einfach unser Beitrag sozusagen weiter durch. Ja. Es geht um das Brotbacken in dem Podcast und dazu habe ich ganz verschiedene Geräusche. Wir haben eigentlich alles schon gemacht, was wir wollten. Wir hatten perfekt gepegelte Audios jetzt in dem Fall. Oftmals ist es so, dass die O-Töne ein bisschen leise sind. Dann müsst ihr natürlich die Lautstärke auch noch anpassen, dass das so halbwegs funktioniert. Hier könnte man tatsächlich noch ein bisschen hinten raus erhöhen, dass das so passt. Aber wie es weitergeht mit dem Audio, das machen wir dann in der Mischung. Also da passen wir dann wirklich perfekt unsere Audios an. Das heißt, ich beschäftige mich mit allen Geräuschen. Schön. Ich will euch jetzt noch eins zeigen, wenn ihr mit Stereo-Mikrofonen arbeitet, wie hier. Ich stelle jetzt diese Spur hier mal kurz auf Solo, dass wir nur noch den Bonnie hören. Auch mit Ton. Ich arbeite als Sounddesigner. Ihr seht, das ist jetzt ziemlich ausgeglichen. Man kann das so lassen mit dem Stereo. Das heißt, ich beschäftige mich mit allen Geräuschen. Aber der linke Kanal ist so ein kleines bisschen lauter als der rechte. Das Schöne an Hindenburg ist, man kann das einfach markieren, auf extra gehen und auf in Monoteilen klicken. Das würde ich allerdings, ihr seht, es liegt da eine separate Spur an. Das würde ich allerdings vorher machen. In dem Fall war es jetzt nicht ganz so wichtig. Aber wenn ihr wirklich auf dem rechten Kanal euer Audio, können wir die Stereo-Aufnahme auch zu einer Monodatei umformulieren und die zweite Spur löschen. Das ist manchmal ganz hilfreich, ist aber nur so ein Seitentrick. So baue ich eigentlich einen Beitrag. Wir sind durch die Aufnahme durchgegangen. Wir haben die Grundlagen im Schnitt schon gemacht. Wir haben ein bisschen den Pegel angepasst. Alles weitere, was jetzt noch fehlt, dass wir unseren Beitrag auch exportieren können, das machen wir im nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir die gerne. Ich bin mir sicher, ich habe auch was vergessen. Dieses Arrangement auf den Spuren, das finde ich ziemlich wichtig, um den Überblick zu behalten. Also man könnte natürlich auch, und da würde sich jetzt am Hören erstmal nichts ändern. Man könnte jetzt natürlich auch hier weitermachen mit der Atmosphäre. Oder man könnte auch, weiß ich nicht, das auf eine Spur legen. Und dann hat man dann so ein Monospur-Dings zum Beispiel. Ganzes Soundwelten, wenn es sein muss. Wenn wir das gut anpassen, sein Repertoire ist, dann stört das auch nicht. Dann ist das auch nicht sehr schlimm. Aber man nimmt sich dann gerade für die Mischung ganz, ganz, ganz viel Freiheit. Das heißt, ich würde euch empfehlen, nutzt wirklich die Spuren, die ihr habt. Ihr könnt hier, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel Hindenburg unterstützt, 64 Spuren oder so anlegen. Ihr könnt für jede Interviewpartnerin, für jeden Interviewpartner eine eigene Spur anlegen. Ich würde euch das wirklich, wirklich sehr empfehlen, dass es einfach so übersichtlich ist wie möglich. Die Schnitte sind gesetzt, die Lautstärken passen halbwegs. Jetzt kommt der letzte Schliff, damit der Beitrag auch wirklich gut klingt. Im nächsten Video, da geht es dann um das Abmischen und den Export. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal und schaut vorbei auf einfachton.de.